Genau und den Rest müssen wir dann irgendwie gucken. Dann müssen wir uns halt noch was einfallen lassen. Und für da würde ich einfach Stickies nehmen und dann Erde zu klatschen. Oder? Oder? Mit Stickies dann zu klatschen. Weil das schaut schon mal nice aus. Es ist oberflächlich gesehen. Schaut das echt cool aus. Steht auf Holzpfählen. Weil wenn ich echt darüber will, dann muss ich den ja eh wegmachen. Dann könnte ich das ja dann mit Erde auffüllen, wenn ich den da wegballere. Zum Beispiel. Oder? Wäre da jetzt nur so eine Möglichkeit. Kommt, das machen wir direkt komplett dazu. Weil ähm... Das kann man jetzt komplett äh... Weil unter die Steinbrücke machen wir das definitiv nicht. Das sind keine Zäune. Du musst ja das mit Zäunen machen, nicht mit Sticks. Alter! Jaaa... Hüpf, 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 hüpf. Das schaut bescheuert aus. Also auf gut Deutsch machen wir das jetzt erstmal provisorisch. Legen das oben hin. Äh... Das tun wir mal da hin. Und nehmen einfach mal... Einholz. Genau. Das machen wir jetzt. Ich probiere es einfach aus. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise funktioniert. Und am liebsten wäre es eigentlich, wenn ich... Na, ich komme da nicht hoch, gell? Ist hier anderthalb Blöcke hoch. Muss man aber erst mal wissen, dass so ein scheiß anderthalb Blöcke hoch sein kann. So... So... Da kann man locker viel freilassen. Wie viel sind das jetzt oben? Trying... 1, 2, 3... 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ich habe die Kaffee mit einem Kaffee geklappt. Ich habe die Kaffee mit einem Kaffee geklappt. Ich habe die Kaffee geklappt. so auch wieder zählen 1234 und das der fünfte und 2 345 1 2 3 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 Ich liebe es. ok ich weiß ich bin ich versuche nur was zu sehen in dem ding wo es nichts zu sehen gibt komm so komm so fight monster ich Oh Gott. Ich will hier weg. Ich habe 10 Level jetzt. Das reicht. Alter. Alter. Ich muss irgendwie das Schwert auch wieder reparieren. Alter, habe ich gerade viel Stuff gekriegt. Ich habe so viel Stuff. Das ist ja der pure Wahnsinn. Ich habe mich aber auch gut mit denen angelegt. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sehr gut mit denen angelegt. Also Spinnenauge. Okay, die Pfeile gehören da nicht hin. Also ich habe echt nichts anbrennen lassen gerade. Also ich kann mich wehren. Ich glaube, ich habe bewiesen, ich kann mich wehren. Ich bin zwar kein Meister im Wehren gegen diese Viecher oder so, aber ich kann mich ein bisschen wehren. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Hochguck. Nicht so weit hoch. Und ein Eins, zwei, ja, das lassen wir jetzt so. Okay, ich denke, das ist auf mein Kopf. Das ist gut. das schaut scheiße aus ein holz klotz drunter oder sowas provisorisch geht das kann man das definitiv lassen also ich habe jetzt gut gefaltet aber dieses schwert ist not every day der best oder es ist nicht das definitiv nicht immer so tolle oder bin ich mir jetzt das nur ein dass das nicht so dolle ist das schwer